Ein wunderschönen guten Nachmittag, ich freue mich zurück zu sein hier am Brandenburger Tor. Ich freue mich, dass ich eine wiedervereinigte Friedensbewegung hier sehe. Wir haben die letzten zwei, drei Jahre ziemlich verplempert, indem wir uns ziemlich rumgestritten haben miteinander. Vielleicht war es auch nötig, aber es ist schön, dass wir jetzt wieder alle zusammen dafür arbeiten, weil wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Tropfen fallen. Tropfen fallen, massenhaft. Oh Mann, es wird Herbst. Es wird Herbst. Irgendwie wird's schon wieder Herbst. In diesem Land ist doch irgendwie ständig Herbst. Also, irgendwie wird's wieder Herbst. Es gibt's doch nicht. Da wird's schon wieder Herbst. Aber vielleicht schaffen wir's trotzdem. Vielleicht haut das irgendwie hin. Vielleicht kratzt uns ein gnädiger Wind von der Schippe. Und vielleicht macht es dann alles noch irgendwie, irgendwie alles noch Sinn. Und wir kommen gut durch. Wir kommen dann alle gut durch. Ich hab dann ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ich hab dann ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Das ist doch Krieg. Das ist doch Krieg. Also, irgendwie ist da doch Krieg. Irgendwo ist da doch Krieg. Also, irgendwie ist da doch Krieg. 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 Aber vielleicht schaffen wir's trotzdem. Vielleicht haut das irgendwie hin. Vielleicht kratzt uns ein gnädiger Wind von der Schippe. Und vielleicht macht das dann alles noch irgendwie, irgendwie alles noch Sinn. Und wir kommen gut durch. Wir kommen dann alle gut durch. Ich hab dann ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ich hab dann ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ja, ich weiß, es ist vollkommen kurios, sich hier hinzustellen und zu sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Ihr müsst dazu wissen, ich bin ja Funktionär. Ich bin Funktionär des Optimismus. Ich bin vollkommen Ereignis- und situationsunabhängiger Optimist. Aber ich sag's euch wirklich, wir müssen diesen eisernen Würgegriff des Pessimismus aufknacken. Ehrlich, lasst uns mal über die Beispiele reden, wo Kämpfe gewonnen wurden. Lasst uns darüber reden, wie wir mehr Leute werden und wie wir gewinnen können. Und nicht jetzt schon immer die Gründe aussuchen, warum wir verlieren mussten. Verstehst du? Lasst uns stark reden. Lasst uns gegenseitig wärmen aneinander, dass wir mehr Leute werden. Wir werden mehr Leute, wenn wir Kraft ausstrahlen und Zuversicht. Und wir schaffen das trotzdem. Das haut schon irgendwie hin. Uns verratzt ein gnädiger Wind von der Schiffe. Und danach lässt doch alles noch irgendwie, irgendwie alles noch Sinn. Und wir kommen gut durch. Wir kommen alle gut durch. Ich hatte ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl, wenn ich euch seh, Mann. Ich hatte ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl.